In diesem Video erfährst du, wie man das Videoschnittprogramm Shotcut auf einem Mac-PC installiert. Melde dich zuerst mit deinem eigenen Zugang auf dem GDC-Moodle an. Klicke auf den Startseite-Button und wähle dann den Kursbereich Girls Digital Camps aus. Gib im Suchfeld den Begriff Videoproduktion ein und starte die Suche, um den Kurs zu finden. Wenn du den Kurs gefunden hast, klicke auf Zugang. Nun öffnet sich die Moodle-Seite automatisch und du bist im Kurs eingetragen. Scrolle etwas nach unten. Unter dem Titel Start Installation findest du den Download-Link für das Videoschnittprogramm Shotcut. Klicke auf den Link. Ist dein Mac-PC älter als 2020, klicke Shotcut Mac OS Intel. Sonst klicke Shotcut Mac OS ARM64. Nun startet der Download. Nun findest du das Download-Fenster in deinem Download-Ordner, den du oben rechts im Browser findest. Klicke mit einem Doppelklick darauf. Nach einer kurzen Zeit öffnet sich ein Extra-Fenster. Klicke dort auf das Shotcut-Symbol. Daraufhin wird Shotcut nach einer kurzen Überprüfung auf deinem Mac-Book installiert. Klicke auf Öffnen. Jetzt hast du Shotcut erfolgreich installiert und kannst es auf deiner Task-Leiste mit einem Doppelklick öffnen. Ich kannidingen. Ich kannreci den